So, dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 days to die. Ich bin der Zobarock und mit dabei natürlich die Alu-Axis-Titana. Hallo. Und der Kuga. Hallo. Der auf dem Weg in die Stadt ist. Ja, wink mal schön, du bist gerade auf Kamera. Ähm, ich hüpfe. Genau, ich baue hier noch ein bisschen Eisen ab, weil wir haben eine schöne Eisenader entdeckt. Genau. Wollen wir ja mitnehmen. Ach, hast du Mutti noch eben? Ja, die ist gerade so, die stand im Weg. Die stand im Weg, gut. Ach, guck mal, hier sind noch mehr. Oh, ich habe schon eine Ahnung, das gesehen. Lass dich nicht von wilden Hunden beißen, ne? Ähm, ne, ich geb mir Mühe. Guck mal. Stimmt. Der Zobar wollte ja drin bleiben, weil ist ja, ne? Hundetag. Ja, der Zobar hat da so, ja, wie soll ich das sagen, ohne ihm auf die Füße treten zu sein. Er ist da so ein bisschen Schisser. Er hat eine Hundephobie. Sag das doch einfach. Ich habe eine Allergie einfach. Der Hunde Allergie. So, lassen wir doch weg, was kommt da hin. Da hin. Hier spawnen das Gruppzeug aber schon ganz gut. Einmal noch ein bisschen Tee, Birnen, Dosenlachs, Honig, Hühnchen. Auf nach oben. So. Vollgeladen mit Eisen. Ja, das ist schön. So. Hier fällt mir auch gut. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn jetzt überhaupt. Ähm. Hallo, Püppi. 700 etwas. Werde ich da nicht los. Dann packe ich da mal rein, so. Ja, legst einfach an die Seite. Ich fülle immer wieder auf. Obwohl, da ist auch noch hier so viel. Äh, noch mehr. Was wollte ich jetzt eigentlich? Mechanical Parts wollte ich, ne? Genau. Und ich wollte... Ach nee, Hundetage ist heute ja. Blöden Hunde. Aber ich kann doch normalerweise draußen weiterbauen, ne? Wo draußen weiterbauen? Draußen weiterbauen. Ja. Das müsste doch... Ähm... Hallo Zombies. Huhu. Wie geht's euch? Der Armer. Warum seid ihr so viele? Warum seid ihr so viele? Extra für dich. Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja da ein bisschen, ne? Bereite mich ja dann vor bei so einem Ausflug. Und hau mir dann erstmal so ein Bierchen in den Kopf. Damit die Ausdauer da ist, ne? Ich weiß zwar nicht, wie das mit dem Real Life vereinbar ist. Also... Da geht meine Ausdauer beim Biertrinken eigentlich immer extrem nach unten. Mhm. So, ähm... Zack. Och, nee. So nicht. So. So, ich denke mal, ähm... Hundeproblem dürfen... Äh... Nein. Oh, na toll. Was machst denn du? Ich wollte mal testen, ob die noch stabil sind. Wer, die Knochen? Nee. Die Spikes. Er hat es geschafft, trotz Rampe in die Spikes zu knallen. Taucht nix. Ähm, öffne dich, Sesam. Komm. Er hat es so nicht... Nicht so mit dem gerade Laufen, glaube ich, wollte. Nee. Ach, Herr Zowa. Klappt nicht so. Ähm, so. Ich bin auf jeden Fall sicher hier oben. Da können die Hohen ruhig kommen. Warum spawnt der direkt in dem Haus, das ich plündern will? Kann ich dir nicht sagen. Und warum bleibt er an dem Sessel hängen? Warum liegt dort Stroh? Äh, danke. Jetzt habe ich Bilder. Ähm. Wie hoch machen wir die Decke? Drei, ne? Von raus? Ja, ne? So, dass man sich nicht den Kopf stößt. Ja, bitte. Gut, machen wir drei. So, dann haben wir das, 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 das. Dann nochmal die Krempe. Dann wollen wir ja sicherlich auch eine schöne Treppe hier hoch haben, ne, oder? Ja, mach es mal schön. Treppe. Kann ich sowas bauen? Bestimmt. Kann ich bestimmt bauen. Also bestimmt, genau. So. Wohl mal. Wie heißt sowas? Ähm. Holzstufen. Holzstufen. Steinplattenstufen. Okay, die können wir auch. Nein, wie hübsch. Hm? Steinplattenstufen. Oh, ist das schick. Ja, das denke ich doch mal. Fertige mal sowas an, was ihm sowas aussieht. So, hoppen. Ah, Mann. Und wieder aufwerten. Nein. Zeit lassen damit. Hallo, Waffenschrank. Ach, und der Garten wächst auch. Ja, da kannst du mal sehen. Hat der Herr Kuga schon wieder, ähm, schöne Sachen finden? Naja, hauptsächlich habe ich mich jetzt auf den Dachboden verpisst. Mach den, ähm, Waffenschrank auf, ähm, und überleg mir, wie ich unten die Freunde rauskriege. Sind da so viele drin? Ähm. Laut Lautstärke, ja. Wir glauben an dich, du schaffst das. Genau. So. So. Da war so nichts mehr. Da haben wir hier die ganzen Dinger. Das. Das. Eisen. Oh, das ist aber schönes Zeug, alles hier. Ja, wir müssen ja sowieso nochmal unten gehen, du. Ja, auf jeden Fall. Was hast du denn gefunden? Äh, jede Menge Waffenteile bis zur Farbe Grüne hoch. Oh, das klingt schon mal sehr gut. Hallo, Zombie. Hallo, Kuga. Warum antwortest du mir? Aus Spaß an der Freud. Ach so. Ach so. Ja. So, sag mal. Das Aufwärten, das dauert auch so ein bisschen immer, ne? Ach. Ach ja. Ach so, da ist schon die Decke drin. Ach, da fallen sie schon auf den Boden, ich klinge an. Hm? Nix, ich komme ja gerade noch. Nimm, 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 hat er gesagt. Oh, nö. Ich bin schon wieder voll. Ach, ne Engine. Ne Engine muss ich da auch mitnehmen. Ach, Antibiotika, komm. Ach komm, nimm mir das. Ab in die Birne. So. Nein, ich wusste das. Ich wusste das. Was wusstest du? Ich habe da eine Stufe hingesetzt, anstatt die zu drehen. Typisch. So, nochmal. So. Bups. Ähm. Ey, hier ist gerade ein Schwein direkt in unsere Spikes gerannt. Cool. Was ein Düssel. Ja, ich nimm es mal eben aus. Fleisch kann man nie genug haben. Jeder stimmt. Bistum, Schwein. Na, machst du denn sowas? Ja, ne, das ist schon so ziemlich ja. Eier? Eins. Also, man könnte da noch ein Meer aufsetzen, aber dann ist das hier schon hübsch. Geil. So. So, jetzt aber komm. Geil. Können wir auch da reinsetzen? Ja, kann man so lassen, finde ich. Kann man so lassen? Ja. Oh, mein Pinnacle Pass. Na? So, hier nicht da. Muss noch gehen, oder nicht? Ja, klar. Ach, mein Schatz. Das ist doch ein Gedicht. Nicht? Schön, wenn Sachen passen. Okay. Ah. Es gelingt. So. Off. Ich weiß noch nicht, wie viel. Ach, ich habe noch so viel. Ich habe noch so viel. Clay, wollte ich ja sagen. Steine. Okay. Das reicht ja locker. Eisenrohre aufheben, oder können die eingeschmolzen werden. Ich kann nur schmelzen, wenn du den Platz brauchst. Nein, ich räume, sortiere gerade mal ein wenig diese Kisten hier, dem Müll raus, damit wir gleich wissen, was wir als erstes mit rübernehmen. Also spontan weiß ich, dass du Eisenrohre für die Ranch und das Minibike brauchst. Und die Forge. Wir können sie aber auch herstellen. Ja. Also wir müssen jetzt nicht jeden Müll da oben aufheben. Nein, die sind jetzt nicht wirklich so teuer. Also du könntest schon rüberkommen und die ersten Kisten aufstellen. Also ich habe die Kisten alles schon hier. Wolltest du dir die holen? Weil dann sortiere ich den Müll weiter aus. Ja, dann mache ich das noch erst fertig, ja? Hm? Dann mache ich das noch erst fertig. Ja, sicher. So, die. Na, warte. Ich gucke nämlich gerade mit hier, was hier... Oh, ho, 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 ho. Das ist ein 541er Motor. Der läuft ja mit Turbo. Hm. Quasi. Weil ich mache nämlich gerade eine Kiste Leerzover, wo wir dann den ganzen Müll reinschmeißen können. Achso, ja. Dass wir hier so ein bisschen... Außerdem habe ich dann ein bisschen noch Überblick, was wir hier noch am Mechanical Parts etc. haben. Weil hier ist ja wirklich alles durcheinander. Aber ich denke mal, die Kisten sollten wir, glaube ich, im ersten Stock haben, ne? Mhm. Ich würde die nicht nach unten packen. Gut, dann muss ich den ersten Stock ja auch noch fertig machen, bevor wir hier die Kisten uns... Und so Waffen... ...dahin... ...dahin... ...aber vernünftige Türen brauchen wir ja, ne? Wir brauchen die guten Türen, ne? Möchtest du diese Hard-Eisenmeister? Genau, diese Safe-Türen da. Ja, Safe... Ja... Ach, hier. Tiersch. Ich höre den Hund. Ich höre ihn. Wir haben Hunde. Hunde. Wir haben Hunde? Hunde. Wir haben Hunde zu besuchen. Ja, ich sehe einen. Der ist einmal knallhart an dir vorbeigelaufen. Besser... Der läuft weg, der läuft gerade den Berg hoch. Der ist gespawnt und weggerannt. Der knurrte doch mir direkt ins Ohr. Mhm. Der ist irgendwie den Berg hochgerannt. Ach, gut so. Aber er kommt ja eh nicht rein. Also von daher ist das egal. Naja, ich habe ja auch mal vorsichtshalber die Tür zugemacht. Man weiß ja nie. Man weiß nie, genau. Aber wie gesagt, die kommen ja nicht rein. Also hier ist es. Hier ist noch einer. Dann hast du noch einen da rumrennen. Kommt hier raus. Das kommt aus. Da bist du Hundi. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. So, ich streichle dich mal. Und ich streichle dich mal ganz sanft. Was ist denn der jetzt? Mit meiner Hand ist. So, lauf doch nicht so schnell hin und her. Lauf doch nicht weg. Der ist, der ist, ne? Und nicht mehr am Leben. So, der erste Besucher an seiner Hütte. Ups. Der erste Besucher ist ein Hund? Nee. Es war ein Zombie. Es war, also, es ist immer noch einer, aber er ist nicht mehr am Leben. Von daher. Ich wusste doch, da war ein Hund. Ich hab nur einen irgendwie nach oben rennen sehen. Nee, da war noch einer mehr. Da knurrte mir so ziemlich ins Ohr. Hör ich irgendwie draußen? Irgendeiner rennt draußen rum? Einer von euch, oder? Nee, ich bin hier. In unserer Festung. Uga, bist du hier im Raum? Ja. Ich seh dich nicht mehr. Oder? Nein. Uga ist wieder unsichtbar. Oh. Dann hab ich wieder gezaubert. Offensichtlich. Ja, scheint so. So. Kommen wir alles mal. Das kommt hier raus. So, das hier noch dichter und das noch dichter. Oh Gott. Kommt hier raus. Das kommt hier raus. Da. Elektrike Parts. Fünf. Fünf. Das ist doch ja ewig. Dahin. Ich glaube, das packen wir mal hier hin. Und das kommt hier unten in die Ecke. So. Dicht. Essen hier. Dickflip aus. Das ist dicht. Super. Das ist dicht. Juhu. Treppe ist drin. Wir können rauf und runter rennen. Schön. Vielleicht noch mal eine Fackel an der Wand machen, damit wir es sehen können. Dahin. Das ist natürlich ab und zu auch mal vom Vorteil. Mhm. So. Zack. Was ist mich denn schon wieder so warm? Gebt doch nicht. Das gebt doch nicht. Das gebt doch nicht. So. Da müssen wir ja nachher mal gucken, was der Zoo war da so gebastelt. Ne. Mhm. So. So. Motten können wir hier drin lassen. Das kommt in die Müllkiste. Motten. So. Das wäre so der Durchgang. Könnte man ja verbinden. Hm. 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 raus hier raus hier das machen wir auch ja genau was machen wir ich schnapp nur gerade ein bisschen mit mir selber so weit ist das schon also das ist nichts neues kommen das kennen wir doch schon man weiß manchmal nur nicht wann der moment ist wenn du mit dir selber schnell können wir mal hier mit reinschmeißen da drauf so schön so weiß gar nicht wann müsste denn der nächste erdruck kommen glaube du hast auch alle sieben tage eingestellt so was haben wir da noch drinnen Klamotten 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 Aua Aua Kaktus warum gläufst du denn in den Kaktus weil hab ich nicht gesehen Airdrop wir haben gerade davon gesprochen da fliegt er ich kann nicht hinlaufen ich bin sowas von randvoll bin gerade auf dem Weg nach Hause wo schmeißt er den ab ähm direkt gegenüber von unserem Eingang ist nicht weit glaube ich oh das ist doch schon ein ganzes Stück aber da sind Hunde Aaaaaaah Lusche Lusche Lauf schon ich mach mich eben leer Lusche ich trau mich nicht Mama ich hab Angst oder was wolltest du uns damit sagen so davon haben wir auch schon was und ziehen hier Scheinwerfer Eieieiei Der Eingang ist noch offen ne ich hab die Frames jetzt nicht weggenommen Nö gesehen gesehen und gehört so zack zack auch gleich aufwerten ne brauche ich ja gar nicht brauche ich denn die Ecken erstmal ne äh so ähm das das ähm das und das vielleicht wäre das auch ne vorteilhafte Sache wenn wir irgendwo Fenster drin hätten ne äh jetzt ist das nicht schon was fallenes hier oder ja ne ja Fenster hat sowas von Deko hehehe sowas von Deko stimmt hast auch wieder recht so so electrical parts haben wir genug wir haben 10 Mechanicals ja ich hab gerade ganzen Stapel parts alles alles kreuz und quer gemischt ähm oben links in die Kiste gepackt hab ich gerade rausgeholt mhm hier ist ein Forchhaus ich weiß nicht ob wir es schon auf unserer Karte haben weiß ich oh ich muss essen ups sie muss essen ach du Grüne so Mensch auf jeden Fall die Hütte wechseln und died auf jeden Fall sind die Nester hier rum gelootet ja und waren wir da glaube ich auch noch nicht naja das Haus müsste schon aufgedeckt sein von der Karte her vielleicht waren wir nur nicht von der Seite dran keine Ahnung möglich möglich man weiß nicht man munkelt so trinken jawohl ja da rein so die Ecken schön voll machen damit der Kuga nicht meckert ich hab wieder die Ecken vergessen meckern doch nie ich geb doch höchstens dezent Hinweise würde er nie tun weißt du doch ja genau jedenfalls nicht in der Aufnahme die Aufnahme läuft noch ne überhaupt wollte es nur erwähnt haben ja ja ich alles gut alles gut wir sind noch im Zeitplan mhm Gott so ähm ooooo ach Gott er hat wieder was gefunden Taschenlampe SMG Schematik AK-47 Schematik und noch ne SMG und ich nehm jetzt meine Kisten hier weg weil wir kriegen Besuch ja was so kann ich da durchlaufen ja ach cool das ist ja das ist ja sowas von also auch hier rütt hm hier rütt hier rütt so haben wir das ach komm zwei Möglichkeiten entweder bleib stehen oder stirb bleib stehen oder stirb er hat sich für sterben entschieden Holzstufen brett 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 Steinstufen Betonstufen hm nein brauche Steinstufen so mal gucken was haben wir denn hier noch zack 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 ne das ist meiner auch Missy halt auf die Klappe da draußen ist da jemand draußen am nerven oder was ja die haucht mir hier von der Seite ins Ohr tja tja diese lästigen Frauen hier Schrotgewehr Argumente hm ähm Stufen wollen wir sie jetzt da heut so na 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 sie juckt ähm so haben wir da alles rum ähm so halt oh so zack ne da nicht zack mach denn die Sonnenbrille im Essensschrank da 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 so was nein ne ne ich bin gerade voll ähm ja komm schon mit mir selber reden ja genau das läuft ja wie immer ne alles klar diese Treppen ich find das ja genial ne man kann die Treppen die Treppen rauf und runter gehen ist das nicht genial denn hast du schön gemacht ich bin da sowas von also ich bin stolz auf dich also du meinst so ohne Orthopäde ja das geht man kann auch schnell rauf und runter ohne sich gleich die Knochen zu brechen ja du sitzt stolz auf Zowa oder? ja hundertprozentig also es gibt keinen besseren als Zowa das war sowas von hm? ja genau genau das meine ich okay lieb dich doch heiß und eng nicht mhm oh hallo hallo? ja was willst'n du? oh muss ich noch nachladen? nö ich hab gar keine Pfeile mehr wo hab ich denn meine Pfeile hingeworfen? zack doch ich will klar hab ich noch Pfeile was soll denn das hier? zack ach jetzt ist sie tot ne ach ist das so doof ist sie einfach gestorben in der Zeit wie ich nachladen musste ach wie ärgerlich ja aber sowas ist mir auch schon passiert ja ne dass du gestorben bist in der Zeit wo Tana nachgeladen hat? so zu sagen ähm das ist ein Fehlbau ach Gott wie krieg das denn jetzt wie kriegt denn das jetzt wieder hier? hm ich seh schon das gibt Gemecker ja oh Mann war auch noch mal Waffenthal dabei so nach dem Motto was hast du hier denn für ein Mist gebaut? guck dir das doch mal an ja was brauchst du da? ja wie ich das wüsste wie ich das wüsste ja ich geh jetzt mal die Leiter hoch ich geh da mal schauen ich brauch ja oh und so war jetzt aber jetzt muss er nicht aber wir nehmen doch ja ich versteck mich ich bin gar nicht da ja jetzt baut er mir hier so ein Ding vor die Nase hey dickerli was willst du beim Haus hier man alter ich geh woanders betteln du brauchst ja hier mit Treppen wo ist der Fehlbau? betteln und pausieren verboten wo ist denn der? ich komm nach unten komm nach draußen ist alles gut ja ich müsste hier vielleicht noch eine Treppe mehr hinstellen damit wir wir müssen hier noch eine Stufe mehr höher rauf so aber dann kann man hier schön auch die Kisten hinstellen eventuell nee warte mal ist ja jetzt gar nicht so kacke also ich weiß nicht warum du dir da einen Kopf machst weil er sich immer einen Kopf macht ja ich weiß auf jeden Fall hier das ist ähm wir wollen hier nicht ne? hier Germany's Next Topmodel wir wollen einfach leben genau vor allen Dingen überleben in dieser großlosen Apokalypse Akuka Akukeratscha Akukeratscha hier ist ja schon wieder nichts hier ist ja schon wieder nichts was? nein alter was? ich seh dich doch nicht hör mal du kriegst doch bestimmt keinen Fallschaden oder? ich probier es nicht aus so rollen wir mal weiter auf ok ich müll mich hier in die Waffenkiste so ähm in die Waffenkiste? das sieht schon mal nicht schlecht aus nicht schlecht welche Waffenkiste? oder Waffenschrank oder was auch immer das war ach den Safe meinst du? irgendwo da ja ich soktier das gleich nochmal dann haben wir nämlich Aua Aua sollst du nicht mit der Schmiede kuscheln? ne es war das Campfire ach so aha schrei halt so pass mal auf das machen wir so lalalala 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 und noch war ne Doofe davor Bob hahaha Missy genau so gehts Schnauze ui nein den nicht so hier halt die Klappe samtags bist du jetzt in die Mino runter gegangen? ne ich steh immer noch an der Forge ah hier ich merk das ich kann nicht an dir vorbei ich seh dich nicht aber du bist wie ein unsichtbares Hindernis in meiner Aufnahme kann man das sehen mein unsichtbarer Freund mein unsichtbarer in der Hausgeist ist wieder da Zora alter und die Nervensägen draußen sind auch da Nervensägen draußen? ja so ein Schreihals glaube ich mhm das ist doch mal interessante Bauweise also was nicht passend was nicht passend was nicht passend wäre passend gemacht ne? sagt man das so schön ne? ein saugeiler Film stimmt oh falsch so ich find die ich find die geilste Szene immer noch wie er da mit der Spitzhacke da am Ausschachten ist auf die ähm die Bombe aus dem zweiten Weltkrieg immer drauf pickelt und sagt Usaf wer schreibt denn Usaf auf den Boiler? haus who kaum geil die Szene haus sie Ich kann's neu in den Müll reinlegen. So. Da, gucken wir mal. Oh, shit! Was hast du schon wieder getan? Ich hab die ganzen Waffenteile, die du sortiert hast, das rausgenommen. Die kannst du aber in die große Kiste da drüber auch reinpacken, weil da ist mehr Platz drin. Zu spät. Zu spät. Jetzt bist du da oben. Hatten wir nicht irgendwo ganz viel normales Grab Iron? Oder hast du das eingeschmolzen? Grab Iron? Ja. Normales? Ja. Das hatten wir, glaub ich, eingeschmolzen. Also in den Schränken hab ich keins gefunden. Da waren irgendwie 30 oder so. Ich hab aber noch welches, wenn du welches brauchst. Ich will das noch fertig kriegen. Ich will das noch fertig kriegen. Ja, so ein paar tausend hätte ich gerne. Ja, so viel hab ich nicht. Okay. Das tut mir leid. Aber du kannst dir ja die ganzen Eisenstangen einschmelzen. So, jetzt gucken wir mal. Das ist da, das ist da. Hier fett. Spiritus. Du kannst du... Ja, okay. Mach. Was denn? Ja, ich hab der Forge gesagt, sie soll jetzt mal 300.000 machen. Na, sieh. Ach so, du wolltest geschmiedetes Eisen haben. Nee, nee, hier. Da, guck mal rein. Das, was gerade macht. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt. Ach so, du meinst, ganz normalen Eisen heißt das bei uns. Okay. Weil das brauche ich nämlich, um die, ähm, die, die, ähm, Rahmen zu machen für Beton. Hm. Oh, da. Wobei, man nimmt doch eigentlich für Beton die Stahlrahmen. Ja, du machst ja erstmal die Eisenrahmen und die musst du dann aufwerten mit Holz und dann das Beton reinfüllen. Nee, ich kenne das so, dass du die Beton gleich in die Stahlrahmen, Stahlgerüste, die kannst du ja direkt in der Schmiede machen. Die sind ja noch stabiler. Halt. Hm. Hopp, brech ab. Weil, das ist das, was zum Beispiel hier, der, ähm, wo ihr die Wall gesehen habt, den Schutzwall. Also, die machen nämlich direkt die Stahlgerüste und da den Beton rein. Äh, wo ist so das? Einmal die Woche kannst du reparieren. Und wie, und wie heißen die Stahlgerüste? Warte, warte. Also, die, die heißen sie nicht. Ähm. Stahlgerüste. Warte, warte, warte. Die heißen, das sind ja nicht, du hast ja, ja, ich kann, lässt du mich mal kurz ran? Ich muss mal, ich kann ja so nicht gucken. Die heißen, äh. Bei uns heißen die ganz normal Stahlgerüste. Die sehen aus wie die Metallsachen, nur in schwarz. Die sind, das sind die ganz dunklen. Musst du mal gucken. Ansonsten soll ich anwerfen? Hör auf, warte mal. Ähm. Mach, mach mal eins von den Dingern. Hm, warte, eins. Da müssen wir mal eben Platz machen, ich nehme mal eben das Leben. Alter. Alter, cool. So, ist schon fertig. Ah, ist das herrlich. Oh, ist das herrlich ein Gedicht. Licht in der Forge? Ja. Super. Ja, ja, Rebar Frames, genau. Die will ich ja auch machen. Ja, dafür musst du ja nichts rausnehmen. Du kannst das ja direkt in der Forge machen. Warum wurde mir das gerade nicht angezeigt? Kann ich dir nicht sagen. Ich hatte mich jetzt gewundert, warum du das ganze Eisen, was jetzt da reingeschmolzen wurde, wieder rausholst, um Stahlgerüste herzustellen. Warte, ne Katastrophe. Jetzt kannst du das ganze Zeug nämlich wieder reinpfeifen. Obwohl 600 von diesen Gerüsten kannst du bauen. Ja, ja, mach ich gerade. Hat er mir gerade nicht angezeigt. Komisch, ne? Also manchmal zeigt er dir ja auch irgendwas nicht an. Habe ich auch schon gehabt. Ich lege das Eisen dann wieder rein zum Schmerzen, ne? Ja. So. Super. Ich habe übrigens vorne die Kiste, die über der Tür hängt, alles Wichtige reingepackt. Musst du mal reingucken. Da sind jetzt die Kisten zum Sortieren drin. Die Schmiede habe ich da reingelegt. Das Material. Erster und Zweiter Stunk ist fast fertig. Hervorragend. Ist das gut getroptiert? Ja, ne? Sehr hübscher Kubus. Also du hast auf dem ersten Griff, glaube ich, alles Wichtige. Und das andere bin ich gerade am gucken, weil manche Sachen brauchen wir ja überhaupt nicht. Boah, so viele Batterien und nur einen Motor und dann auch noch so ein geiler. Na? Den kannst du noch nicht mal in eine Mischmaschine stecken, weil das wäre viel zu schade. Na? Wieso? Deswegen, ich bin da jetzt gerade so ein bisschen... Oh. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Kleinen Überblick kriegen langsam. Ich würde sagen, ich gehe mal wieder zurück. So, das kommt... Du kommst von Haus zu Haus? Also, ich meine, du gehst außen rum? Ich meine, es ist Hundetag. Ich laufe ja auch wie ein Verrückter. Ich sehe es! Laufen, er rennt wahrscheinlich. Komm, ich setze dir auch Frames, damit du nicht anhalten musst. Rennen, so, bei Rennen. Siehste, sieht aus wie ein Schweizer Käse, das Teil, aber es geht, es geht. Ich habe nämlich keine Pflastersteine mehr, das ist schon vorbei. Es ist ja nicht so, dass wir keine mehr hätten. Nein, das ist schon richtig. Hier ist alles sortiert. Ich finde nichts wieder. Ich finde nichts wieder. Nein, alles weg. Es war vorher alles total durcheinander, Herr Zobauer. Oh Gott, und jetzt ist noch viel schlimmer. Wo ist es jetzt schlimmer? Ich finde nichts mehr. Raketenweffer, den brauchen wir auch noch. Den müssen wir auch noch mal testen. Den kannst du doch schon. Was? Wir haben auch noch jede Menge Schatzkarten. Wir müssen echt noch mal auf Schatzzurue, das müssen wir echt noch mal machen. Ja, können wir uns hier als ersten Punkt nach der Orte auf Verfahren schreiben. Jeder liest eine Schatzkarte, wir haben drei Stück und laufen die ab. Genau, das wäre doch noch mal eine Maßnahme. Aber die Zeit ist wieder durch, mehr als das. Ja, dann. Ja, dann meine. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch was in die Kommentare. Ein Daumen hoch wäre sehr super. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Und falls euch es nicht gefallen hat, schreibt es auch in die Kommentare, weil sonst ändern wir nichts. Ciao. Darauf habe ich gewartet. Genau darauf habe ich gewartet. Ändern wir nichts. Ciao.